Lauter Spieler, die wahrscheinlich eher nicht kennen, im Sturm der wohl gefährlichste Mann, der Burmhändler Diego Vendel, ein Brasilianer, viermal hat er schon eingenetzt in der laufenden Ostliga-Meisterschaft und auch im Cup hat er zweimal schon getroffen. Der National-Team hat ihm jetzt gespielt, der Stürmer, der Stegersbacher, zwölfmal war er mein Zott. – Kommt kauf hier? – Ich hatte das Wort er von ihm in der Stimme. – Kommt er am Bumh. – Oh! – Das war's, wenn es aber ein Abend noch etwas zu sagen ist, das war's, wenn ich mir heute ein Tag einfach zu sagen ist. – Das war's, wenn es aber ein Abend noch zu sagen ist. – Das war's, wenn es mehr Zeit und ich mich schickt. – Die Zeit und ich mich schickt. – Ich habe mich, »ich werfen Sie, ein Doppel, – Ich bin alle, das war's, wenn ich mich ansteigятиze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020